Zurück nach der Flut. Projekte des Wiederaufbaus werden unterstützt von der Volksbank Pirna. Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz. Eine weitere Spende für den Wiederaufbau der Stadt. Die Volksbank Pirna unterstützt nach der Kleinkunstbühne Q24 dem Verein Spieloase, der Kanuabteilung von Grün-Weiß Pirna und der DLRG einen weiteren Verein. Peter Oehme ist Vorsitzender bei Fortschritt Pirna. Das Vereinsbüro auf der Siegfried-Rädel-Straße ist nach wie vor nicht am Netz. Post bekommt der Verein dennoch kürzlich die lang ersehnte Info vom Landessportbund. Die Hauptinformation war, dass wir möglicherweise bis zu 90% unserer Flutschäden erstattet bekommen können, wenn die Anträge zeitig genug abgegeben worden sind. Das ist jetzt in der Ferienzeit ein Riesenproblem, auf die Schnelle die ganzen Dokumente abzugeben. Dass der Verein Unterstützung braucht, beweisen diese Bilder. Viele Sportstätten von Fortschritt Pirna wurden durch das Elbehochwasser zerstört. Der Gesamtschaden für den Verein beläuft sich auf rund 140.000 Euro. Die einstige Kegelbahn am Carola-Bad ist heute ein großer, leerer Raum. Die 5 Mannschaften trainieren zwischenzeitlich in Rottwerndorf oder in Heidenau. Ob und wann sie hier wieder ihren Sport ausüben, ist ungewiss. Es gab schon Stimmen unter den Sportfreunden, die gesagt haben, am besten wegreisen und oben auf dem Sonnenstein neu aufbauen. Bei dem Wort Sonnenstein kommt natürlich Erinnerung, denn die Fortschritt-Kegelbahn mit einer 4-Bahn-Wettkampfanlage war ja bis zur Wende auf dem Sonnenstein, also trocken. Ja gut, man hat so entschieden in der Stadt Pirna, dass diese Bahn als Wettkampfbahn gefördert wird. Ja, und nun hoffen wir, dass die Stadt und die WGB so entscheidet, dass die wieder aufgebaut wird und nie womöglich doch dem Erdboden gleich gemacht. Auch die Volksbank Pirna weiß um die Probleme beim SV Fortschritt. Als Unternehmen der Region möchte das Kreditinstitut den Wiederaufbau unterstützen. 3.000 Euro spendet die Genossenschaftsbank für den Neuanfang bei Fortschritt Pirna. Wichtig ist für die Menschen hier, die ja teilweise auch in mehrfacher Hinsicht sowohl über ihre Vereinstätigkeit wie auch privat, wie auch auf Arbeit von dieser Flutkatastrophe betroffen sind, dass jetzt mit dem Sonnenschein auch die Normalität, das ganz normale Leben, was diese Katastrophe ja auch abfedert, wieder Einzug hält. Die Sportvereine unterstützen das in besonderer Weise mit hohem persönlichen Engagement. Und da hilft jeder Tropfen. Und wir haben dazu beigetragen, das zu unterstützen. Das war uns sehr wichtig. Ganze 15 Sportarten werden beim SV Fortschritt Pirna ausgeübt. Das Angebot geht dabei vom Realsport bis zur Abteilung Segeln. Letztere liegt aber im Moment auf dem Trockenen. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die Slipanlage in Posta stand drei Meter unter Wasser. Der Umschlagplatz für die Segelboote ist derzeit außer Betrieb. Die Boote, die im Wasser sind, sind erst einmal gut untergebracht. Die anderen Boote müssten unter Umständen in einer anderen Art und Weise ins Wasser gebracht werden. Oder wir müssen jetzt ganz schnell handeln, damit die Boote zu Wasser können. Ansonsten ist die Saison gelaufen. Die Slipanlage wollen die Vereinsmitglieder möglichst alleine wieder aufbauen. Fachleute sollen hingegen im Posta Hafen ran. Bootsteg und Treppenaufgang müssen dort erneuert werden. Zudem ist das Hafenbecken vollständig verschlampt. Es scheint, als sei die Fähre das einzige Schiff, das in absehbarer Zeit von Posta aus die Elbe quert. Zurück nach der Flut. Projekte des Wiederaufbaus werden unterstützt von der Volksbank Pernach. Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017